Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computersachsen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Anfang eines Schluckaufs, der es hier anbahnt. So, mal gucken, was reicht. Einmal Luft anhalten. Seite Corona Level, 15 Minuten, 99 Züge. Ich habe mal bei Sanchetta nachgeguckt, wegen der Anleitung für den Companion 3, den ich mir bestellt habe. Die gibt es da gar nicht, die Companion Anleitung. Da frage ich meine Freundin mal, ob die das abscannt, dass ich das hinschicke, dass sie das mit reinnehmen in die Anleitung. Obwohl, das ist ja baugleich zu Mephisto Monaco oder was war das da? Ich weiß da gar nicht mehr. Und ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. So, dann legen wir mal los hier. Mephisto Modular 4, 15 Minuten für die ganze Partie. Ich weiß nicht, ob ich das Eröffnungsmodul rausnehme. Hm. Ich will mal M4 Siegen sehen. Deswegen sehe ich das gar nicht ein. C4, es geht gleich positionell zur Sache hier. Ups. Ehm, ähm, 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 play. Okay. Ähm, 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 play. Okay. Ähm, 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 gibt es hier irgendwie die Taste New Game? Wieso hat er jetzt diesen Level nicht mehr drin? Level C4. Warum das verdammte Ding keine Clear-Taste? Das irritiert mich ja immer so. Wollen wir nochmal Level drin? Come on. Ich würde es lieber nicht gemacht. Verdammt, jetzt macht er wieder einen weißen Zug. Ich muss mal springen auf den hier. So muss das gehen. Einfach die... Ups. Hallo, hier hat Zug ausgeführt. Einfach Zug zurücknehmen. Matte im Schwarz. Oh. Oh. Das war jetzt nicht so fantastisch, dass ich das jetzt so gemacht habe. Ich will da den ziehen. D7, D5. Nein, so wird das nichts. Ich mach mal. Der macht das also auch wieder super mondial. Dieses von oben nach unten spielen, wenn er... Aber jetzt wissen wir ja, wenn wir ein New Game machen, dann müssen wir natürlich noch das Brett resetten. Ah, das Problem... Ich mag das nie, wenn ich keine Clear-Taste habe. Man muss Level drücken. Dann einfach Clear. Das ist immer so blöd. So. E4. Los geht's. C7, C5. Gott sei Dank, ich bin der M4 kein Alapin. Die vier Schlüsse hier links sind. Rechts ist meine Hand. Springer B8 C6. Sieht ein bisschen aus wie Schäveninger. Hat er den Level nicht mehr drin? Hä? Das ist doch... Angeblich ist das doch hier... Ach, muss man wieder hier... Der F1 hat keine Funktion. Aber warum hat er keine... Verdammt nochmal Enter-Taste oder sowas hier. Auch auf Normal muss man einfach drücken. So, Läufer E3. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass er sich im Countdown-Modus macht. Bei manchen muss man ja... ähm... das einstellen. Beim Explorer Pro muss man F1 drücken. Also Optionen, F1. Hat er eine Option-Taste? Ich sehe jetzt auf Anhieb keine... Optionen und F1. Und dann macht er Countdown-Modus. Dann bei Plus macht er Countdown-Modus, bei Minus nicht. Level G1 würde ich von abraten, diesen Easy-Mod, weil da macht er diesen Fehler. Ähm... Dass wenn man dann wieder auf normale Partie spielt, dass er dann manchmal einzugig die Dame einstellt, weil das ist dann... diese Fehlerfunktion. Aber wieso macht er den Countdown-Modus? Function vielleicht? Ist Function-Option? Können wir es ja mal gleich nachsehen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn er im Zug ist. Da war Function F1. Das könnte sein. C8-D7. Oh Gott, immer noch Theorie. Okay, ich möchte aber ganz kurz mal gucken über Function. Ne, nichts. Okay, vergessen wir es. Dann müssen wir es eben so machen. Ähm, er hat hier, ähm... Ich bin schon gespannt auf mein Companion. Das ist so ein bisschen, ist das vielleicht auch, ähm... Der Ersatz... Der Ersatz... Jetzt kein adäquater Ersatz, aber zumindest... Ein, ein... Die Ersatzreserve... Für den, ähm... Renaissance, weil das ja auch einseitig war. Aber zumindest spielt er hier. Da scheinen wir so logische Züge zu sein. Dass der, ähm... Corona... Auch Theorie spielt. Pff... Pff... So... 0,27... Dann ist das bestimmt Theorie Ende, wenn er... Oder es war keine Theorie mehr. Na gut, wir... Dann wird der Theorie schreiben. F8-E7. Das war wohl einfach Züge, die er schnell gemacht hat. So... Ich hab den Renaissance aber so in Erinnerung, dass er blitzmäßig nicht so der Beste war. Hinter der Sonne. Turm Adi 1. Das Eröffnungsmodul war witzig. Das war... Bauer, König, Bauer, König. Dieses Endspiel. Aber nur mit blockierten Bauern. Das ist egal, wo die standen. Die mussten sich gegenüberstehen direkt. Dann war es in dieser Endspieldatenbank. Das Problem war so... War allerdings... Dass da eh nie dahin gekommen ist. Das war nur so ein Gag, war das. Hm. Man müsste das mal spaßhalber erweitern. Da das ja sowieso als Endspieldatenbank erkannt wird, dass Rom... Irgendwie mit einem Flash-Speicherteil oder sowas... Das sowas dransetzen, dass er bis zu acht Steinern hat. Ich weiß gar nicht, ob damit der... Der Renaissance, der erste Schach-Comp-Shooter war, der eine Endspieldatenbank hatte. Oder war das vorher schon? Nö. Auf jeden Fall hat er nie dieses Endspiel nie erreicht. Die hätten den mal eher machen sollen... Irgendwas mit Springer-Läufer. Zum Beispiel... Springer-Läufer-Matt als Endspieldatenbank. Oder zumindest das schachliche Wissen dann so. Oder Läufer-Läufer-Matt. Weil ich hab das mal geguckt. Der Analyst hat das nicht geschafft. Springer-Läufer gegen König. Was? Hilfe, Lippo! Schliefst du ein? Bin ich schon? Meine Güte, das kann nicht sein. Dramatische Szenen spielen sich hier ab. Da hat man früher immer die Uhr gedrückt, aufbauen. Also auch früher, wenn ein Gegner die Puppen vom Brett geschmissen hat, da konnte man die Uhr drücken, dann musste er die auf eigene Zeit aufbauen. Wäre sonst irgendwie schwachsinnig gewesen. Wenn ich dann die Zeitnotwehr habe, wie ich absichtlich die Figuren vom Brett hauen, weil ein Gegner ist in Zeitnot, ich haue dann absichtlich die Puppen vom Brett. Was Lippo natürlich nie gemacht hätte. Denn Lippo, der war bekannt als der faireste Spieler auf diesem Planeten. Er hat nie mit dem König an den König rangezogen, um damit den König den König zu schlagen und so eine Scherze. Und er hat auch nie König damit falsch aufgebaut, um dann nach sechs Zügen darauf zu bestehen, dass so weitergespielt wird. Das hat er nie gemacht. Man hat mir auch den Fairness-Preis verliehen. Warum gibt er jetzt den Bauern den Turm D2? Und die Dame ist ja nicht weg. Verstehe ich jetzt nicht. Also rechnet er nicht damit, dass er geschlagen wird, weil... Was rechnet er denn? C6, D5, E4, D5. Da muss auch irgendwas sein, dass da nicht geschlagen werden kann, der Bauer. Turm C1, dann Dame A2, Turm C7, dann Dame B7 oder er hängt einfach nur B7? Dame C2, Dame B7, dann hängt der Läufer, der muss ziehen und dann wird der Bauer gedeckt. Vermutlich so. Mich irritiert das ein bisschen, dass er hier... Gar nicht... Weil das ist ja ein Level. 15 Minuten, die ganze Partie. Dass er da gar nicht hier... Die Uhr andersrum laufen lässt. Das muss ich doch irgendwie einstellen lassen. LCD-Scroll ist wahrscheinlich was anderes. Ach doch, hier. Ich hab's gefunden. Genau, jetzt zählt er auch abwärts. Okay, öffne deinen Geist. F5 schlägt. Zackos. Ist ein interessantes Gerät. Er hat zumindest ein Display. Muss man ehrlich sagen. Ganz uninteressant war die nicht. Der der... Companion, den ich mir bestellt habe. Companion 3. Der hat ja kein Display. Damit ist das der zweite von mir, der keins hat. Der Kishon Chester. Und dieser Companion 3. Ich muss natürlich... Ganz kurz mal, um es zu erwähnen. F2-4. Dieser Modular, den ich hier stehen habe, ist natürlich nicht doniermäßig groß. Ich weiß ja nicht, ob ich ein Bildschirm mir das sieht. Wenn das hier... Das kommt vielleicht etwas größer rüber, diese Geräte, wenn ich die so in dieser Kamera habe. Weil letztens jemand meinte, er hätte gedacht, dieser Kishon Chester wäre größer. Die haben natürlich damals nicht alle Turniergröße gehabt. Das war der... Der München hatte Turniergröße. Vom Brett her, hat er irgendwas gezogen? Oder ist er alles dran? A8, F8. Turniergröße, however. Also dieser München. Und ansonsten wüsste ich gar nicht mehr, wer von diesen klassischen Schachcomputern Turniergröße hatte. Der Super-Expert dabei, von Brett her, könnt ihr mir vorstellen, ungefähr so groß wie der Exklusiv. Der Avangard hatte auch keine Turniergröße. Der Sargon, der war auch recht groß. Der... Wo diese Briketts reinkamen. Dieser ESB oder was das war. Wo die Schublade seitlich aufging. Wo man da diesen Briketts, auch diesen... Ich nehme an, so einen Anschluss, weil er es draufgelegt hat. Und dann... Der hatte auch Turniergröße. Ja gut, da kann er jetzt erst den Turm schlagen. Und dann kann er zurücknehmen. Ansonsten wüsste ich gar nicht. Ich meine, in München... Einer hat geschrieben, er hätte damals in München Lyon 32-Bit gehabt. Und das wäre ein Fest gewesen, den zu Hause auszupacken. Also das kann ich mir absolut vorstellen. Weil es ist... Ich kann mich daran erinnern, wie ich damals diesen Exklusiv ausgepackt habe. Ich meine Exklusiv Polga. Weil das war auch ein richtiges Erlebnis. Da erinnere ich mich heute noch dran. Also das ist... Nicht direkt an das Auspacken, aber dass das so ein Erlebnis war, das Ding auszupacken. Diesen... Bei München wahrscheinlich noch größer. Dieser riesen Karton, den man hatte. Der Exklusiv-Karton war ja schon relativ... War ja schon recht groß. Aber das Problem bei München ist einfach dieses Hin- und Her-Tragen. Wenn man eine Stelle hat, wo man den dauerhaft hinstellt, ist das bestimmt eine super Sache. Aber ich habe meinen Exklusiv ja hier stehen, da würde der München schon gar nicht mal draufpassen auf diesen Tisch. Und der passt so ungefähr dessen, sagen wir mal, drei Millimeter steht da hinten an der Ecke drüber, auf der anderen Seite. Aber ansonsten passt er optimal da drauf hier, auf diesen Tisch. Ich wüsste gar nicht, wohin mit dem München. Da müsste man sich ja quasi schon... Wenn ich einen hätte, würde ich mich damit schon arrangieren. Und man müsste sich quasi einen Tisch kaufen, meinetwegen, wenn es nicht zu teuer sein soll. Es gibt ja diese Umweltwerkstatt, die verkaufen ja auch günstig Möbel. Und da mal gucken, ob da sowas ist. Oder woanders mal nachgucken, man gebraucht Möbelhändlern. Ob man einen Tisch findet in der Größe von dem München. Und dann müsste natürlich keine so wackelige Angelegenheit sein. Und den dann da drauf stellen und dann da drauf lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Überall habe ich mal gelesen, hat er den... Soll er München-Stachkump-Shooter auch auf so einem Tisch immer stehen. Das Problem bei ihm war da nichts, dass er das Netzteil-Modul hatte, wo das Netzteil dann so rausguckt. Das finde ich ein bisschen schade, diese Lösung. Aber das ist immer noch besser als später beim Spark-Modul. Das gar kein Display hatte. Da kann man damit schon besser leben. Na gut, man muss den in den Renaissance nehmen. Aber sagen wir mal so. Das Renaissance, das hat ja so ein LCD und dieses... Da drunter diese Anzeige für die Züge und die Zeiten. Also das Beste unter der Sonde war das nicht, wenn man vielleicht den Analyst vorher hatte. Der Analyst hat so eine richtig gute Punktmatrix da dran. Wenn man den vorher hatte, dann war das schon besser. So im Nachhinein recht überlegt. Der Analyst hat eigentlich schon... Das Analyst-Modul hat schon den Tausch gegen den Roma 2 gerechtfertigt. Aber was soll man machen? Das hat mich wahrscheinlich so abgenervt, dass es dauernd im Nebenraum stand. Und das Reingucken in die Technik, das hat mich noch mehr abgenervt. Dass ich den da schon freiwillig abgegeben habe. Der kann ja mal schreiben, wenn er diese Videos sieht, inwieweit der wieder funktioniert. Der Renaissance. Ich frage mich, ob man beim Renaissance der... Aber es ist eigentlich die Technik anders. Sonst würde ich ja sagen, wahrscheinlich anders verbaut. Deswegen würde das wohl nicht gehen vom Genius Pro. Das LCD, weil es doch sehr an den Renaissance erinnert. Das LCD-Brett vom Genius Pro irgendwie da einbauen. Aber ich glaube, das funktioniert wohl auch nicht. Was sagt er denn hier? G1, G2, 0,28. G1, G2. Und da war sogar noch das Endspiel rum dabei. Der Maestro... Ich meine, der hätte ja auch wieder funktionsfähig gekriegt. Dieses Maestro-Modul... Ich weiß aber nicht genau. Dieses Maestro-Modul funktionierte da auch nicht mal richtig. Aber das war auch so ein Brummer. Das Gerät wie so ein München. Der hat ja nicht... Ich glaube, nicht ganz Turniergröße. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. Die München-Figuren haben jedenfalls... Die konnte ich dafür nehmen. Aber da wog auch richtig viel. Dieses Hin- und Herschleppen. Und das ist schon irgendwie... Aber dafür hat man ja auch Turniergröße. Das muss man auch wieder dazu sagen. Also das muss man wissen, dass die meisten klassischen Schachcomputer keine Turniergröße haben. Was ich ja witzig finden würde, ist, wenn einer... Wie auch immer das gehen soll... Quasi das obere Brett hier... Da müsste man das auch... Quasi ein Turniermodular machen. Dass man so ein großes Brett irgendwie macht. Also ein Kunststoffbrett. Und da müsste das auch die Magnetze und so drunter haben und das Brett und das quasi so draufsetzt. Und das ist Gäckes wegen. Also hier hat er das jetzt. So, ähm... Also die Countdown-Uhr. Alles machbar, kein Problem. Aber interessant, was bei Zanchetta vom Companion 3 gar nicht die Anleitung da ist. Er hätte ja da gestanden. Da ist eine Anleitung dabei, die ich mir bestellt habe. Über Ebay, die ich da gekauft habe. Aber wie keiner dabei gewesen wäre, ich hätte doch blöd da gestanden. Ich habe gar nicht geguckt. Obwohl, die würden ja wieder anders funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob die genauso wären. Das gibt dann immer so artverwandte Geräte. Die habe ich komischerweise... Als Emulatoren habe ich die gar nicht. Ich habe weder den Companion, noch die beiden Geräte, die quasi das gleiche Programm haben. Die habe ich auch nicht da drin. Da bin ich mal gespannt. Ich erwarte natürlich keine Wunder von der Spielstärke. Aber so als Seitig-Ersatz. Die 3. Interessant finde ich übrigens auch, dass der München sich gar nicht so viel verkauft hat wie der Exklusiv. Ich glaube, dass so 80% Markteanzahl waren die Exklusiv-Bretter. Ich weiß nicht, ob es jetzt primär der Preisunterschied war. Gerade... Ich könnte mir vorstellen, München hat sich bei den 32 Bittern verkauft. Weil... Ob ich jetzt... 4.000... Ich weiß gar nicht, was das jetzt genau war. Sagen wir 4.600 Mark bezahlen oder ob ich jetzt 4.200 Mark bezahlen. Da macht es das auch nicht mehr aus. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man sich schon... meinetwegen einen Portoros 32 Bit holt und dann doch schon als Münchenbrett. Weil es ja totaler Quatsch gewesen wäre, wenn der Portoros 32 Bit als Modular. Weil die wollten dann schon was präsentieren. Die konnten wahrscheinlich damit... Spielstärke-technisch waren die nicht auf der Höhe des Gerätes. Aber Hauptsache... Ja, gut, man wollte halt das... das möglichst Beste haben. Und ich frage mich, wie viele Leute... die sich die 68.030er gekauft haben, überhaupt dagegen zu spielen. Und wie viele davon... überhaupt dagegen eine Chance hatten. F7 E6... Ja, hier hat sich noch nichts getan. Sieht sehr mieslich aus, das Ganze. Und wohl der A-Bauer neigt jetzt zur Schwäche. Turm B6... Dann A5... Turm A6... Läufer D8... Ja, das lässt sich noch so gerade eben zusammenhalten. Läufer D2... Turm B6... So... Hm... Ich weiß auch, dass ich die Figuren von dem... von dem Renaissance damals so hässlich fand. Mir deswegen die Münchenfiguren geholt habe. Weil... Ich wollte wohl... insgeheim immer den München haben. Hatte aber dann doch nur diesen Renaissance. Wenn ich aus heutiger Zeit überlege, der wäre noch traumatisierender gewesen. Ich habe die ja eh alle verkauft. Aber ich habe schon mal in den Kommentaren gelesen, dass einer die ganzen Schachcomputer hatte. und wegen der Autoversicherung, die teilweise verkauft hat. Was ich natürlich ein bisschen traurig finde, wenn man für etwas, was man kontinuierlich jedes Jahr zahlen muss, Schachcomputer oder Sachen, die man sich gekauft hat, wieder verkaufen muss. Das muss ja dann bedeuten, dass man sich quasi überhoben hat an den Preisen. Und dementsprechend halt ein finanzielles Defizit hatte. Aber für sowas gerade, es ist ja, als würde ich für die Nebenkostennachzahlung Schachcomputer verkaufen müssen. Ja, das macht Sinn. Aber es sinkt ja auch D6, wenn er den Läufer nimmt. So. Ja, muss er den Läufer nehmen, was wir denn sonst machen. Jetzt kann er zwar D mit Schach nehmen. Turm D6 schlägt Schach. Dann kommt wohl König F7 oder sowas, weil der kann ich nicht einfach den Gehbauern geben. Weil wenn er den Gehbauern gibt, dann ist er ja wieder gedeckt. Also, ähm, dieser hier. König F7, Turm D7 Schach. König F7. König H3. Turm G4 schlägt. Ich würde bald schon sagen, dass es immer noch in der Remisbreite, weil der König auf der 7. Reihe so abgeschnitten ist. Also kann er nicht die beiden Bauern unterstützen. Der Bauer schlägt G4. Achso, das macht er deswegen, weil es ja mit Schach ist. Und dann kommt Turm A4, deckt sich den Bauern und greift den an. Das ist wohl der Grund. Wenn C6 kommt, dann schlägt er A2. C7 kommt Turm C2. Und dann ist das nicht so mit dem Marsch des Bauern. Ich muss weiß erst mal reagieren. Gestern habe ich einen James Bond Abend gemacht. Erst habe ich mir angesehen, ähm, Skyfall und dann den Spectre. Hm. Ich habe mir letztens auch Star Wars Episode 7 und 9 angesehen, weil Episode 8 existiert für mich nicht. Ich finde das schon so merkwürdig, dass die zwei Folgeteile drehen. Der eine weiß aber von dem anderen nichts. Das finde ich total merkwürdig. Das normalerweise würde man doch meinen, man schreibt die Bücher dazu, oder die Drehbücher, Teil 7, 8 und 9. Und die haben dann eine zusammenhängende Handlung in der Handlung und dann, dann dreht man die. Aber das da von, von 7 und 8, die wurden wohl zeitgleich gedreht, oder 8 und 9, ich weiß das gar nicht mehr. Und dann wussten die voneinander gar nichts. Oder eine 7 und 8, glaube ich, wurden zugleich gedreht. Und dann wussten die voneinander gar nichts. Teil 7, der ganze Film, ist die einzige Handlung, das ganze Film ist es, wir finden Luke Skywalker. Dann suchen die Luke Skywalker, erst die Karte, um dann Luke Skywalker zu finden. Der epische Schluss, sie überreicht Luke Skywalker, das Laserschwert. und was ist, dann was er macht, er schmeißt es weg. Deswegen ist er in Episode 9, will sie das ja machen, dann reist er auf diese Insel, will er das Laserschwert wegwerfen. Und dann schnappt Luke, der Jedi-Geist von Luke, schnappt das Laserschwert dann und sagt dann, man sollte respektvoll mit der Waffe eines Jedi umgehen. Also das finde ich schon sehr, also dieser komplette siebte Teil, äh, achte Teil, der ist kompletter Nonsens, finde ich. Den sollte man vielleicht sogar komplett neu drehen. Den quasi, quasi, ähm, ausklammern und dann einfach neu drehen, in Teil 8. Ich kann ihm auch nichts abgewinnen. Allein schon dieses Lastwagenrennen. Gut und Böse, Böse verfolgt mit den Raumschiffen, mit den Raumschiffen die Guten, die Rebellen, die sind ungefähr einen Taktchen schneller, außer Reichweite und gerade so einen Taktchen schneller, dass die nicht aufgeholt werden können. Das ist auch schon so ein Quatsch. Ich habe ihn im Kino gesehen, da war er okay zu gucken. Oder, dass die Rebellen dann, um, von dem Hauptschiff, den, die wollen dann auf das Hauptschiff drauf, die müssen aber die Schutzschilde deaktivieren, da müssen sie so einen Hacker, müssen die, müssen die, eben dafür kontaktieren auf so einem Planeten oder halt da hin zu dem. Und dann wieder zurück und dann irgendwie klappt das wohl doch nicht mit diesem Hacker. Das ist auch so total merkwürdig. Die ganze Handlung dieses Films ist so hanebüchen. Leer wird man nach Explosionen in den Weltraum rausgesaugt und weil die so Jedi-Fähigkeiten wohl hat, dann zieht die sich in dieses Schiff wieder rein. Das ist alles so ganz, ganz seltsam. den ganzen Achtenteil kannst du vergessen. So, Schachutz again. König, ja, wohin jetzt? König F4? Wenn der Turm D6 kommt, gibt der Bauerschach. Turmschach. Vielleicht kann der Bau ja rückwärts schlagen. Es droht möglicherweise auch, ja, Turm A3 kommt wieder Turmschach. König F5, Turmschach. Also, König A3 ist vorjetzt nicht, das wäre nur eine Drohung, wenn es unparierbar wäre. Dann würde das Matt drohen, aber so. Turm G5. Ruhe. Turm G5. 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 Das deckt den Bauern wieder. A4 A2. Hm. Welche Filme ich ja... Mein Gott. Mit welchem Film ich ja nicht so viel anfangen kann, ist... Das liegt aber auch daran, dass sie zu geschreckt sind. Hier von diesem Herr der Ringe. Aber diesen Hobbit. Der Hobbit ist ja das erste Buch vom Herr der Ringe, was rauskam. Und dann hat er wohl längere Zeit nichts geschrieben und dann haben die ihm wohl gesagt, ob er nicht doch die Herr der Ringe weiterschreiben könnte. Dann hat er halt diese Herr der Ringe Bände geschrieben. Und, ähm, meine ich zumindest. Man kann mich gerne korrigieren. Ja, der C-Bauer ist nicht ein guter Freibauer. Das wird im besten Falle Witzremie werden. Und dann haben die aus diesem Hobbit... Weil man weiß ja, alle guten Dinge sind drei. Es müssen immer drei Teile sein. Anders geht das gar nicht anscheinend. Da mussten die aus diesem einen Buch, das war ein Kinderbuch, und das war auch nicht jetzt ein riesen Wälzer mit tausend Seiten oder was, da mussten die unbedingt drei Teile draus machen. Und dann haben die die ganzen hanebüchenden Sachen quasi dazu erfunden. Und dann quasi gefühlt, haben die dann immer gefühlt, wie gesagt. Die, die aus der Herr der Ringe, so manche, manche Themen haben die dann in diesen, 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 diesen Hobbit reingepackt. Und dann wirkt er da so aufgebläht. Das soll aber eine Version existieren von dem, zu diesem Hobbit-Film, quasi eine umgekehrte Version zur Extended Edition vom Herr der Ringe. Eine gekürzte Version. Und die könnte man sich ganz gut angucken. Quasi runtergedampft auf das Nötigste. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dieses Dorf, was existiert. Was dann später von dem Drachen angegriffen wird. Ich könnte mir vorstellen, das existiert gar nicht in den Büchern. Also im Hobbit-Buch. Das ist schon mal komplett dazu gedichtet. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das in diesem Berg spielt. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich noch nicht mal, ich müsste den Hobbit noch mal lesen. Ich wüsste noch nicht mal, ob die überhaupt in diesem Bergkram, ob dieser Drache überhaupt in dem Buch drin ist. Ich habe das vor Ewigkeiten mal gelesen, aber wirklich vor Ewigkeiten. Deswegen habe ich da kaum Erinnerungen dran. Aber ich würde mal sagen, 90 Prozent aus dem Film ist wohl dazu gedichtet. Und deswegen wiegt das auch so gestrickt, das Ganze. Turm C1. Der Bauer kann nicht so automatisch durchmarschieren. Und wo König E6, D5, also der König kann ihn nicht stoppen, den Bauern. Der Turm. Turm F2, C6, Turm F8, C7, Turm C8. Und dann kann weiß den Bauer nicht halten. Dann ist es höchstens Remi. Ich habe die zu einem Kino gesehen, die Filme. Ich habe die dann so versucht, nochmal zu gucken, die Blu-rays. Ich breche das dann immer ab. Man will sie gerne gucken, aber die sind dann doch zu öde. Muss ich ehrlich sagen. Andererseits kann ich die Extended-Version vom Herr der Ringe ganz gut gucken. Da habe ich keine Probleme. Die habe ich letztens erst gesehen, die drei Herr der Ringe-Teile, und sie sind jetzt nicht direkt nacheinander, aber so an verschiedenen Tagen. Das war ganz okay. Ach, doch, der ist das matt. Entweder König H3 oder Turm H1. Aber Turm H1 scheint mir irgendwie so blöd. Wegen Turm C2, dann ist der Bauer einfach weg. Scherch, mein Freund. Das ist die dritte Lösung. Meine Güte. Aber jetzt kann der Bauer vor. Eigentlich... Das war nicht gut. Der Turm kann den Bauern jetzt nicht mehr stoppen. Er hätte den gerade locker stoppen können. Turm... Oder Turm... Hier, Turm F2 ging ja gerade. Da hätte er jetzt in dieser Stelle Turm F8. Der Bauer zieht fort. Turm C8. Der König zieht dran, holt sich den Bauern ab. Ganz easy, Remy. Aber dieses... Dieser dilettante Versuch des Mats-Sitzens, der verliert jetzt sogar. Na gut, es sei denn, der König müsste ja, um aus den Schachs rauszukommen, sehr, sehr nah ran. Und dann könnte vielleicht der Gehbauer marschieren. Dann ist es vielleicht doch noch, Remy. Dass der Turm jetzt seine Schachs gibt, dann muss er Schachs geben. Und sobald der König weggeht, aber da zwei Züge ist der Bauer durch. Meine Güte. Jetzt, jetzt, los. Also F2, E1, D2, D3, D4 oder bis nach B1 ran, ist er G4, C7, dann Dame, Schach. Also das reicht nicht. Das hat er mit diesem merkwürdigen Manöver einfach verkackt. Die primäre Aufgabe war es, den Bauern zu stoppen und nicht irgendwelche windigen Mats hier zu drohen. Jetzt muss er aber auch mit dem König näher rangehen. 0,00. Das hört sich schon mal gut an. Fantastisch. Der LL4 glänzt mit fantastischem Endspielwissen. Also ich würde einfach ranziehen. König F2 Schach, König E1 Schach, König D2 Schach, König C1 Schach, König B2. Turm muss sich verziehen. C7. Na gut, da kommt noch Turm A8, C8. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann, dass das dann Remi ist. Das sind dann, es gibt auch so Filme, die ich nicht mag. Aber ich fand sie eben okay. Wenn man das als Märchen ansieht, das Ganze als Weltraummärchen. Man sollte jetzt nur nicht daher gehen und irgendwelche physikalischen Gegebenheiten da das ist ja auch Quatsch. Jetzt macht er einfach den Bauern noch einen vor. Irgendwelche physikalischen Gegebenheiten analysieren, um dann zu sagen, das geht aber physikalisch nicht. Das ist ja irgendwie schon Hanebüchen, dieser, was soll das sein? Es muss ja ein Planet sein, weil da sind ja Bäume drauf. Also Mond hätte gar nicht genug Anziehung. Und haben die jetzt diesen Planeten genommen zu einem, zu dem, es ist ja nicht der Todesstern, sondern der ist irgendwie anders, auf jeden Fall zu einer Art Todesstern umfunktioniert, der sowieso schon um diese Sonne kreiste und dann haben die damit dann den Saft der Sonne angezogen. Man weiß jetzt auch nicht, wie groß diese Sonne da ist, um die auch diese Planeten kreisen, also ein ganz kleines Ding kann es auch nicht sein, weil man sieht ja vor diesem anderen Planeten, sieht man ja wie dieser, ich weiß den Namen nicht mehr, dieser Todesstern in Mondform, Starkiller Base oder sowas, diesen anderen Planeten da platt macht. Das kann man ja von diesem Planeten aus sehen. Alleine schon, wenn man so schon überlegen würde, die Planeten müssen ja, etwa es ist die kleine Sonne und diese habitable Zone ist näher an den Planeten dran, aber wie kann es da sein, dass dann zwei Planeten mindestens diese Zone haben müssen und das wurde erst gebaut, diese Starkiller Base, die kann aber auch durch die Gegend fliegen, weil es wäre Quatsch, so eine Starkiller Base, da ist dieser Planet mit diesen Leuten und da bauen die diesen Mond um zu dieser Starkiller Base, das muss ja auch richtig dauern an Zeit, obwohl so, ich weiß ja nicht, wie das geht, also da ist ja Märchen. Dann saugt da diese Sonne aus, die dann quasi weg ist, weil die meinen ja, ja, das ist man hätte so lange Zeit, bis es dunkel wird. Aber das ist natürlich alles nur Märchencharakter, dieses ganze Zeugs. Deswegen sollte man es auch nicht zu sehr auf die Goldfarge legen, die ganzen Sachen. Das ist ungefähr so, wie diese Agentenfilme, ja, jetzt verkackt, das war Remy, wie diese Agentenfilme, das gibt ja auch kein, wenn ich schieße und immer plopp, plopp, diese Schalldämpfer, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja, diese Schalldämpfer sind ja nur, damit diesen, diesen Special Commandos, wenn die alle schießen, dass denen nicht die Trommelfelder platzen, wenn die alle wild rumschießen. Das ist der einzige Grund dieser Schalldämpfer. Das ist aber nicht, damit die dieses Ploppgeräusch machen. Das gibt es nicht. Da müsste man quasi schon mit Pfeilen schießen, quasi Druckluft. Und da sind so eine, so eine kleinen, kleinen Pfeile drin, die abgeschossen werden. Da müsste man schon so was machen. Dann wird es wirklich so lautlos sein, aber so, quasi, dass das den Überschallknall da der Kugel überbrückt. Dass der quasi in diesem Schalldämpfer stattfindet und deswegen lautlos ist, das existiert gar nicht. Das ist ja auch so mehr Märchen. Und damit findet man sich ja auch ab. Deswegen ist dieser, dieser Star Wars, das ist einfach nur eine Märchensager. Das ist also wie auch Prinzessin und der Held, der die befreit und sowas alles. Ebenso wie bei Star Trek. Das ist doch alles nur hier Attrappe, was die da haben. Ich habe früher immer gedacht, bei Star Trek habe ich früher immer gedacht, das wären Touchscreens. Du bist bei, die Bildschirme waren ja noch gar nicht so weit. Das sind einfach nur Glasscheiben, die bemalt sind. Das Wetter liegt aber jetzt wirklich los draußen. Ich wollte spazieren gehen. Ich gehe trotzdem spazieren. Nackend. Egal. Bei dem Wetter, wie sie einkassieren. Mit Badehose spazieren gehen. Dann ist es aber stimmt, der Held der Stadt. Ich war der Held dieser Stadt. Turm C7 Schach und dann ist Turm, dann kann man bis zum McPree moving. Turm C7 Schach, dann Turm E7 Schach. Jetzt Turm E7 Schach. Das hat er verkackt, muss man ehrlich sagen. Das hat der Corona nicht verloren, das hat er verkackt. Der Unterschied ist, eine verlorene Stellung, die hast du verloren, weil die einfach verloren ist. Und eine verkackte Stellung, wir können das ja mal nachgucken hier. Eine verkackte Stellung hast du verkackt, wenn es vor Remy gewesen ist. Sekunde, es kann nicht mehr lange dauern. Dann zeige ich mal, was ich meinte. und dass das klare Mie war. Er hatte mir quasi Züge geschenkt. So. So. hat das schon verkackt, wohl König E5 geht ja noch, dieses König E5, dann kommt hier Turm hier hin, und der verkackt das einfach, deswegen mal auf Clear, dieser König E4 verkackt's. Man, da spielt auch das primitive Matt, das klappt aber nicht, deswegen würde ich mal sagen, man sollte hier doch schon machen, hier zum Beispiel den. Weil das ist dann klare Mi. Der Bauer zieht zwar noch C6 fort, König, Turm F8, da kommt C7, Turm C8, und dann schlägt er wohl diesen Bauern, obwohl hier der, dann zieht er natürlich erstmal ran hier. Der König steht einfach zu schlecht. Das ist das Problem hier. Meine Güte, bei all der herrlich Kröcherei ist doch gar nicht viel dabei. Meine Güte, dann liebst du mich singen und lachen und tanzen. Grö, Flip, Ausflip. Oder Grö, Kreisch, Ausflip, was er mal gesagt hat. Gestern hatte ich mal Moss gespielt. Das ist so ein VR-Spiel. Das ist so ein Diorama hat man vor sich. So eine kleine Landschaft. Und da bewegt man diese Maus drin. Das ist wirklich, das Interessante daran ist, und das ist ja klar in mir, jetzt nehme ich auch den Bauern weg hier, zack, weg. Das Interessante ist, man kann hinter jede Ecke so gucken. Man muss zwar im Bereich der Kamera bleiben, aber ich kann auch theoretisch, kann ich auch aufstehen und von oben reingucken und sowas alles. Das macht es interessant, dieses. Und diese Grafik, das hätte ich nicht gedacht. Die ist gar nicht so grob dargestellt, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Dass man sich denken würde, die Auflösung ist doch so gering. Ich weiß zwar nicht, wie die das machen, aber man kann auch sich diese Maus und alles so näher angucken. Und dann verschwimmt das auch nicht oder sowas in der Art. Das finde ich interessant da dran. Dieses Drinnen-Gefühl. Ich frage dich natürlich, inwieweit man das jetzt unbedingt braucht. Aber es ist ein bisschen Bonus dazu, diese VR-Brille. Jetzt auf der Turmschaft, die natürlich, ja, man könnte auch König E18 oder König F7. Was, Alter, wann erkennst du denn, dass es Remis? A6, G6. Ja, so hätte er auch Remis machen können. Dieses, ähm, er schreibt aber nicht Remis durch unzureichende, das Material. Das machen spätere Geräte. Also er hat es verkackt. Mit dieser primitiven Mattdrohung, da hat er es schon verkackt. Dann hat er es schon allen Bauern vorbekommen, gratis. Da ging schon dieses Turm, dieses Turm, diese achte Reihe nicht mal so gut, weil er den Turm da schon geben musste. Dann hat er, glaube ich, noch ein Tempo verschenkt. Also das war klar auf Verlust gespielt. Diese Mattdrohung hätte er sich verkneifen sollen. Ja, ich weiß auch nicht, ob da, die Berechnungen waren, dass das möglicherweise übersehen wird oder was. Das Matt kann ich mir nicht entgehen lassen oder irgend sowas von einer Art. Also MF4 gewinnt gegen Corona. Corona hat den Verlust auch nicht anders verdient. So, ich bedanke mich damit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich damit, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.